Hallo Leute, ich begrüß euch heute wieder zu einem weiteren Video von mir. Wir sind heute hier auf dem Offroad Gelände von der Armee. Wir fahren hier heute mit dem HP Savage, dem Strada und noch dem Onroad Evo3 RTR. Da werden wir dann aber noch auf einen anderen Platz gehen. Und eine Krone haben wir heute auch noch im Gepäck. Mit dabei ist natürlich auch noch RC Nitro Flamme. Viel Spaß beim Video. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020